Oh, naja, guck mal noch mal was gemacht, Papa. Kann ich auch rausgehen? Papa, warum darf ich nicht auf diesen Stein? Papa? Weil ich nicht möchte. Oh, Mann! Unbequem! Dann zwei Stunden in diesem Lassen. Ja, es geht, es geht, es geht! Wirklich? Freust du dich? Ja, ich bin rausgezogen! Yay! Ich bin rausgezogen! Ich bin rausgezogen!